Du kannst deinen Bull eingeben und Simon könnte jetzt anfangen zu Bullen. Ich hatte dreimal außerhalb vorhin. Achso, okay. Ja, und danach irgendwas kannst du auch das hier nehmen. Außerhalb Bullseye Single Bull. Gleich hatte ich vorhin, ich weiß noch nicht, die Reihenfolge nicht mehr. Irgendwas mit Bullseye Single Bull. Äh, Moment. Bullseye Single Bull. Der stark, der war wichtig. Der hat es übelst rübergezogen, aber der ist tatsächlich drin. Ja, und ich bin jetzt sofort in the Stream, drücke den Clip-Button. Also ich muss sagen, der war lucky. Der sollte da in die Mitte und hat es voll rechts rübergesaugt, aber man kann auch mal Glück kommen bei so einem Sauger. Ja. Das waren die langen Schäfte. Gameshot and the Match. Könnes Game. Achte Runde ist. Jo, danke dir. Stark, 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 stark. Match Average 59,23. Leg Average 61. First 79. Ja, da war die nur 80 wieder dabei. First 79, ja. Und beim Piro-Jockel haben wir hier Leg Average 61,29. Also er war eigentlich in dem Leg vom Average her. Also schönes Zweite ist auf jeden Fall. War eigentlich ein Kompliment an die Frauen, weil wir haben das nicht so viele Sachen gleichzeitig. Einhundert. Jetzt aber. Schöne. 100. One hundred. Braucht man nicht, dass Neues geht? Keine Ahnung. Wurde es so. 43. Wir wurden es mal so gezeigt auf YouTube. Es ist wirklich ein Gartisch, äh, Gartisch-Spiel. Starkes Spiel gerade. One hundred and twenty one. Einundvierzig. Check. Check. Scheiße. Wer sagt Scheiße? Was haben wir in der Kaste hier noch, oder? Aber ich höre jetzt gerade gar nichts, weil bei mir ist gerade der Akku leer. Wo ist denn dieses Dings da? Dann kann ich es da schon mal zum Laden reintun. Püro-Bodiert wieder, ja. Dann starte ich mal Spotify neu. Dann kann man mal ganz schön von oben runter. Ne, alles gut, Trouble-Power-Data. Also, ich versuche mir jetzt gerade wirklich mit den Schindler langsam mal einzuspielen. Ähm, brauchst du ja nicht mitzukommen lassen. Wenn du mal vorbeikommst ins Förderzentrum. Ja, hier. Prost. Mann, ey. Ja, mach das. Also, ich bin da gerne am Rumprobieren. Gerade wenn es eben solche sind, die mittlerweile besser mit den, ähm, geschwungenen Darts zurecht, die dann eben so torpedoförmig sind, weil man die richtig schön schieben kann, im Gegensatz zu den Geraden. Also, da braucht man immer auch ziemlich viel Grip. Jawoll, check direkt. Keinen verfehlt. Zweifel-Checkout. GameShot and the Leg. GameShot and the Leg. And the second leg. Pure Jockel. Oh, was macht er denn da? Bin fertig, man ist nur die feine Mauer, man macht die erste Liga. Das war ein McRib. McRib? Veganer McRib.